Das macht keinen Sinn, Digga. Fuck. Nur mal. Und Schnitt. I said hi and welcome to this brand new episode of Who Loves Loses. Mit dem Stargast, den wir noch nie in einem Video hatten. Mo! Alter. Ja, erklärst du die Regeln? Ja, weil er verliert. Und Mo muss ein Video hochladen, weil er verlieren wird. 100%. Zero Script. Viel Spaß mit dem Brickforce Video, Moritz. Viel Spaß mit dem Brickforce Video, ne? Du weißt. Wie dumm das einfach ist. Ähm, ja, ja, ähm. Ja, fängst du an, einfach mal? Äh, deine Mutti heißt Alfred und ist der Stärkste im Auto. Ja, der war ja... ist nicht der Burner. Deine Mutter ist so hässlich, sogar ein Happy Meal wird traurig. Deine Mutti ist zu hässlich für Telefonsex. Was ist der Unterschied zwischen einer Milch und deiner Mutter? Die Milch gibt es auch in Fettarm. Deine Mutti heißt Bernd und boxt aufm Rummel. Wenn deine Mutter am Fenster vorbeiläuft, ist es drei Wochen dunkel im Haus. Deine Mutti liegt besoffen vor all die Unstinkten der Bockwurst. Mutter beschwert sich bei Apple, weil der Apfel auf ihrem Macbook angebissen ist. Deine Mutti kriegt beim Kacken nen Steifen. Das zählt für dich als Lachen, ne? Ja, das zählt schon, das zählt schon. Komm, der war gut, Mann. Der war nicht spät. Oh, Mann. Deine Mutter hat Schulden beim 1€ Shop. Deine Mutti hat mehr Verkehr als der Hauptbahnhof. Da ist die. Nein, Scheiße. Scheiße, ich musste lachen, weil du auf das Bild geklappt hast. Okay. deine mutter klaut gratis bräuchten deine mutter ist beim ikea angestellt als unterste schublade deine mutter deine mutter ist ein stein und der stein gewinnt jetzt kommt was ich werde ich mir so schön bringen aber naja wir können am ende noch so ordentlich menschen zu machen wo du so einen witz erzählen kannst da darf ich doch mit der senior meine letzten worte richtig an der mutter ist so dumm sie denkt usb ist ein nachbarland von usa deine mutter ist so dumm sie verkauft stöcke im wald ich würde mal sagen das reicht dann auch wieder jetzt ja eindeutig ein richtiger keck lachhans dietrich und er wird ein video hochladen müssen ja freut euch schon drauf peace out